Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Stabhochspringerin Lisa Rüssig. Mit Bestleistung von 4,75 Meter in der Halle und 4,73 Meter im Freien, neun deutschen Meistertiteln und vielen Medaillen bei internationalen Meisterschaften zählt Lisa zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Stabhochspringerinnen aller Zeiten. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie es ist, in einer Stabhochsprungfamilie aufzuwachsen, darüber, wie ihr Trainingsalltag aussieht und auch darüber, was nach über 250 Wettkämpfen ihre Ziele für die kommenden Jahre sind. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Deswegen, es ist ja nicht, dass man alles auf eine Karte setzt und wenn das nicht gelingt, dann machen wir was anderes. Nein, es lief ja immer, dass man dieses Leben lebt. Und mein Plan B hatte ich nicht, dass es einen Sport nicht gibt. Natürlich gibt es Phasen, wo man nicht so viel Erfolg hat oder wo man auch hadert und so weiter. Aber trotzdem geht es ja weiter. Also es gibt keinen Plan B. Mein Athletik, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main. Dann herzlich willkommen, Lisa. Dankeschön. Lisa, dein Vater und deine Familie, ihr seid Anfang der 90er Jahre nach Zweibrücken gekommen. Und dort hat dein Vater ein Leistungszentrum für den Frauenstabhochsprung aufgebaut. Zudem ist deine große Schwester Anasia auch eine sehr, sehr gute Stabhochspringerin gewesen. Warst du also quasi vorprogrammiert, dass du auch mal Stabhochspringerin werden wirst? Ja, also wir sind Anfang der 90er nach Deutschland gekommen, weil mein Vater ein Trainerjobangebot hatte. Und letztendlich hat es uns dann nach Zweibrücken verschlagen. Ja, mit dem Aufbauen des Leistungszentrums, das würde ich so nicht sagen, beziehungsweise ganz genau so war das nicht. Es ging halt einfach darum, dass das Herzblut in Zweibrücken für Stabhochsprung lag. Wenn man jetzt zum Beispiel heutzutage auch irgendeinen Stabhochspringer auf der Welt fragt, ob er Zweibrücken kennt, das kennt man auf der Welt. Ja, weil wie gesagt, dort liegt halt einfach auch die Seele des Stabhochsprungs. Und da hat er eben sein Jobangebot bekommen. Und genau, deswegen sind wir halt auch dann hierher. Und ja, er fing dann an zu arbeiten. Meine Schwester war 14 Jahre alt, als wir nach Deutschland sind. Und sie wollte halt dann auch Stabhochsprung probieren. Und für meinen Vater war das aber so, das gab es damals nicht. Also zum Beispiel Stabhochsprung ist auch erst seit 2000 olympisch bei den Frauen. Und das, wie eine Frau Stabhochsprung und so, das gab es nicht, das macht man nicht und überhaupt. Und genau, sie war dann wirklich eine auch der Ersten, die das dann begonnen hat, auch in Deutschland. Und sie war dann 1999 Weltmeisterin mit 4,50 Meter. Und wenn man das natürlich mit heute vergleicht, sieht man mal, wie die Entwicklung im Frauenschapphochsprung vorangeschritten ist. Also für mich ist 4,50 Meter Anfangshöhe. Mit 4,50 Meter schaffst du gerade mal eine Olympia-Quali. Beziehungsweise kommst du in kein WM- oder Olympia-Finale. Da muss man 4,60 Meter und höher springen. Und so hat sich das einfach entwickelt. Und mein Vater war auf jeden Fall auch daran beteiligt, dass der Stabhochsprung in Deutschland auch gewachsen ist. Ist ja auch eine ganz große Tradition die letzten 20 Jahre in Deutschland gewesen, dass die Stabhochspringer Medaillen gewonnen haben. Mein Vater hat auch mit seinem Athleten damals 1996 beim Olympischen Spiel eine Bronzemedaille gewonnen. Mit André Tivonczyk, der heutzutage unser Bundestrainer ist. Also ist alles weiterhin in der Familie, kann man so sagen. Und ja, ich war drei Jahre alt, als wir nach Deutschland sind. Deswegen ist es für mich natürlich so, ich weiß es gar nicht mehr. Es war halt einfach so und ich hatte damit natürlich nichts zu tun. Und weiß aber, dass ich auch die ersten Jahre immer mit im Stadion war. Meine Mutter ist auch Leichtathletiktrainerin bei Kindern und Jugendlichen. Und da war das ganz klar für mich, dass ich auch immer meinen Tag im Stadion verbracht habe. Und so wie es dann halt ist, dass man seiner großen Schwester nacheifern will, habe ich auch einen Stab in die Hand genommen. Und da hat man mir das ein bisschen beigebracht. Und so war das einfach ein ganz natürlicher Prozess. Und da hattest du wahrscheinlich dann auch nicht mehr mit den Widerständen zu kämpfen, die deine Schwester wahrscheinlich am Anfang hatte. Ja, ganz genau. Also das war dann wirklich bewusst, dass man mir das beigebracht hat, dass ich die Technik gelernt habe. Und ja, das war dann, war eigentlich Frauenstab-Hochsprung auf der Welt schon mehr etabliert, als ich begonnen habe, natürlich als bei meiner Schwester. Das war dann noch ein Kampf gewesen, dass sie das machen wollte. Und kannst du dich vielleicht an Schlüsselmomente erinnern, nachdem du gesagt hast, okay, ich will das jetzt auch mal probieren? Oder war das einfach so ein Prozess? Das war eigentlich schon ein Prozess, weil ich war auch mein Leben lang mit bei Trainingslagern mit meiner Familie. Also da waren wir auch schon in Nizza, wo ich sechs Jahre alt war und sieben Jahre. Und deswegen kannte ich halt immer den Leistungssport. Ich habe immer gewusst, dass irgendwelche Leute hier beim Stab rumrennen. Und man geht jeden Tag ins Training. Also das hat bei mir für mich in meinem Leben schon dazugehört. Und ja, und eigentlich kann ich mich auch gar nicht so richtig daran erinnern, dass ich immer intensiv trainiert hätte oder ich hatte ein Techniktraining. Das war immer ein spielerisches Element für mich. Also wirklich wie ein Hobby nach der Schule. Man verbringt seine Zeit im Stadion. Ich habe natürlich auch alles gemacht. Also Lauf, Sprung und Stab-Hochsprung eben. 2003 habe ich meine ersten Weltmeisterschaften U18 gewonnen. Und wenn man mich jetzt fragt, weiß ich gar nicht, dass ich davor jemals überhaupt einen Stab in der Hand hatte. Das ist eigentlich so der erste Moment, wo ich mich daran erinnern kann, dass okay, irgendwas hatte ich mit Stab-Hochsprung zu tun. Ja, weil da gibt es ja noch Bilder mit Medaille. Und irgendwie gab es da auch einen Wettkampf in Kanada, eine WM. Und es war irgendwie was Schönes. Aber dass ich wirklich Stab-Hochsprung gemacht habe, das weiß ich gar nicht bewusst. Hast du von Anfang an dich auf den Stab-Hochsprung konzentriert? Nee, absolut nicht. Es ist ja aber auch wichtig in der Jugendleichtathletik, dass man alles probiert. Man spezialisiert sich ja nicht auf eine Disziplin mit zehn Jahren. Im Stab-Hochsprung ja schon gar nicht. Also ich meine, ich kann ja nicht jetzt hier jede Woche beim Pfalzmeisterschaften Stab-Hochsprung-Wettkampf machen mit zwei Metern, ja, mit meinen zehn Jahren. Ich habe Jugend trainiert für Olympia auch mitgemacht. Da habe ich Weitsprung, Hochsprung und Staffel gemacht. Ich war sogar mal Rheinland-Pfalz-Meisterin im Hürdenlauf in der Halle. Und ich kann jetzt aber gar nicht sagen, was für ein Alter das war. Aber auch so in diesem Übergang, 13, 14, 15 Jahren wahrscheinlich. Und irgendwann, klar, war dann Stab-Hochsprung meine Disziplin zwar gewesen, aber heutzutage mache ich auch noch alles Weitere. Ich mache Läufe, ich mache Sprint, ich mache Hürden. Aber halt für den Stab-Hochsprung. Dort war alles gleichgestellt eigentlich. Und was macht der Stab-Hochsprung für dich zu etwas Besonderem? Ja, das ist eine schwierige Frage, die man eigentlich mit zwei Sätzen beantworten müsste. Aber zum einen ist es natürlich, ich kenne es nicht anders. Also ich kenne kein anderes Leben ohne Stab-Hochsprung. Ich weiß nicht, inwieweit mir die Disziplin gefällt, weil ich habe das jetzt mal irgendwo gesehen und ich wollte das unbedingt machen. Nein, ich habe das immer gemacht. Und was Besonderes, wenn ich mich jetzt bewusst hinterfrage, warum man das macht, ist halt wirklich das Besondere an Disziplin. Also wir sind ja eigentlich letztendlich eine Zirkusnummer. Also ich war nie schnell, ich war nie stark. Ich konnte alles halt irgendwie ein bisschen und hatte halt das Glück, dass man mir die Stab-Hochsprung-Technik beigebracht hat, dass mein Vater halt wirklich mich in den ersten Jahren gelehrt hat, wie man Stab-Hochsprung richtig macht. Und ja, das Besondere war halt einfach, dass man gemerkt hat, anscheinend hat man in der Sache Talent und hat auch Erfolge und es macht Spaß. Und man kommt auch rum, dass man dann schon in jungen Jahren auch die Welt gesehen hat. Und das Besondere ist halt einfach, dass man die Möglichkeit hat, mit so einer Sache seinen Tag zu füllen. Ich finde auch, der Stab-Hochsprung ist in der Leichtathletik die schwierigste Disziplin. Also da sind ja viele turnerische Elemente mit dabei. Man muss schon auch eine gewisse Geschwindigkeit drauf bekommen, mit einem Stab in der Hand, also ohne Armbewegung. Und man braucht auch Kraft einfach beim Aufschwung. Also das finde ich gerade das absolut Interessante beim Stab-Hochsprung. Und es sieht spektakulär aus. Ja, genau, genau. Aber so ist es auch. Also bei uns kommen halt viele Elemente zusammen. In jeder Saison ist es unterschiedlich. Mal klappt der Anlauf gut, das heißt aber nicht, dass man deswegen jetzt besonders hoch springt. Und dann wiederum hat man ein ganz tolles Gefühl beim Absprung, beim Einstich. Aber da anlaufen man es irgendwie ein bisschen langsam. Und dann schafft man es mal, in einer Saison gut aufzurollen. Und dann irgendwie vermisst man dieses Element ein bisschen. Wir müssen halt dann wirklich an vielen Baustellen immer arbeiten. Und das Besondere bei uns ist dann wirklich, alles zusammenzubringen. An dem einen Tag oder in der einen Saison oder wirklich in dem einen Sprung auch nur. Und ja, da arbeiten wir uns halt wirklich dann immer Stück für Stück vor. Also wie gesagt, Anlauf, Absprung, Aufrollen. Und die Härte der Stäbeweise kommt wirklich viel zusammen. Und genau, dadurch kann es halt bei uns im Stapro schon auch mal vorkommen, dass wir an einem schlechten Tag Bestleistung springen können. Oder eben, dass wir uns mega gut fühlen. Und heute ist alles so wow und es klappt alles so gut. Und man ist so schnell, man fühlt sich so stark. Und auf einmal hast du Nuller, weil alle Stäbe zu weich waren. Das kann halt bei uns auch geschehen. Und jeder Wettkampf und jede Technik-Training-Einheit ist halt immer, wirklich alle Elemente zusammenzubringen. Bei wem trainierst du denn dann heute? Du hast das Training gerade angesprochen. Ich trainiere genauso weiter bei meinem Vater wie von meinem ersten Lebensjahr im Sport an. Und genau, so sind wir ein gutes Team und so fahren wir am besten. Also wirklich ein Familienunternehmen seit Tag eins quasi. Ja, absolut. Es kommen natürlich dann viele Punkte dabei zusammen, dass er kennt mich besser, als ich mich sogar kenne. Er weiß, was ich brauche, woran wir arbeiten müssen, was irgendwo fehlt. Und ich als Athlet, ich weiß das ja nicht. Ja, ich kann mich mal gut fühlen, ich kann mich mal schlecht fühlen. Aber der Trainer ist ja dazu da, mich als Athlet im Ganzen zu formen. Und dafür könnte er mich am besten. Und ich habe natürlich auch ihm gegenüber das Vertrauen, dass ich das mache, was gesagt wird. Und ohne Hinterfragen. Und klar, es ist natürlich eine ganz tiefe Vertrauensbasis, die da sein muss. Die wahrscheinlich auch jeder Athlet mit seinem Trainer hat. Und bei uns ist halt natürlich dieses Familiäre noch. Und deswegen gibt man sich natürlich nochmal einfacher in die Hände eines anderen. Trainierst du alleine bei deinem Vater oder trainiert ihr in der Gruppe? Ich habe schon immer alleine trainiert. Sogar zu der Zeit, als meine Schwester noch aktiv war. So 2010 hat sie dann den Leistungssport beendet. Und schon allein da hatten wir keine gemeinsamen Trainingseinheiten. Weil das ist wirklich so eine individuelle Sportart. Und da einfach eine Gruppe zusammenzubringen, so und heute machen alle das Gleiche. Von unserer Philosophie her funktioniert das nicht. Nämlich mit meiner Schwester hat das geklappt. Das hat nichts mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Das überhaupt nicht. Halt einfach nur, weil das wirklich ein sehr individueller, ja gehen wir die Sache an. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich die ganze Aufmerksamkeit von meinem Trainer am Tag habe. Im Training. Und da kann ich mich auch komplett auf mich einstellen. Wahrscheinlich auch, weil es gerade um so Feinheiten geht, wie du das eben beschrieben hast. Absolut. Und wenn wir zum Beispiel ein Techniktraining nehmen würden, wenn da mehrere Leute an der Anlage stehen. Es können ja nicht immer alle aus dem gleichen Anlauf springen und dieselbe Höhe springen. Und dann wäre natürlich dann ein bisschen Chaos danach am Tag. Ich weiß, das machen natürlich auch viele. Und das ist ja auch die Regel, dass man das so macht. Aber wir fahren mit diesem System gut. Und da kann ich mich auch 100 Prozent auf meine Sache konzentrieren. Und ja, so ist das bei uns. Wie sieht bei dir so eine typische Trainingswoche aus? Also wir gehen so vor, dass wir einen Viertageszyklus haben. Das heißt, ich trainiere drei Tage und einen Tag habe ich frei. Und dann geht es wieder von vorne los. Deswegen gibt es bei uns keine Sonn- und Feiertage. Es gibt quasi keinen 1. Januar und keinen Geburtstag oder so. Es gibt keine Montage auch bei uns, sondern einfach immer vier Tage und dann wieder von vorne. Und davon, von den vier Tagen, ist ein Tag Chapeau-Sprung-Training. Einmal bereiten wir uns dann auf das Chapeau-Sprung-Training vor mit ein bisschen Krafttraining, mit läuferischen Imitationen und einen Tag, wo wir wirklich viel Krafttraining machen. So sieht es bei uns aus und dann halt wieder von vorne. Und jetzt zur Corona-Zeit, weil natürlich die Saison jetzt verschoben wurde, beziehungsweise wir jetzt diesen Sommer noch nicht mit einem Wettkampfrhythmus sind, haben wir daraus fünf Tage gemacht, dass wir vier Tage trainieren und einen Regenerationstag haben. Das heißt, wir können die Intensität ein bisschen auf die Tage verteilen. Ich fühle aber halt mehr, dass ich trotzdem mehr Regeneration habe, weil ich jetzt einen Tag länger erst wieder später springen muss, darf, kann. Und so können aber die Einheiten auch an sich intensiver sein. Und genau, das ist jetzt halt einfach, weil die Situation jetzt momentan auf der Welt so entstanden ist, haben wir das für uns als Element genommen, da ein bisschen zu probieren. Und damit fahren wir jetzt auch ganz gut. Du hast es auch eben angesprochen, Krafttraining ist auch mit dabei. Was sind da so die wichtigsten Übungen, die du da nutzt? Also wir machen wirklich ganz klassisches Krafttraining, von Kniebeugen umsetzen zu reißen. Dann haben wir noch spezielles Stabhochspringer-Krafttraining, was wir machen. Das heißt dann Überzüge, dass wir auf dem Boden liegen und quasi ich die Arme von hinten nach vorne bewege. Das wäre so wie eine Aufrollbewegung am Stab. Dann machen wir ein bisschen abgeändertes Reißen, wo ich dann auch die Handelstange so fasse, wie ich einen Stab fassen würde. Okay. Und genau, mit solchen Sachen und Stoßen machen wir, was ja zum Beispiel auch wie ein Einstich dann wäre. Und immer halt mit dem Gedanken hintendran so, ich mache jetzt einen Sprung an der Handel. Also halt immer wirklich ganz stark hochsprungbezogen dann auch. Technik-Training ist sehr, sehr wichtig bei euch. Nutzt ihr da auch technisches Equipment oder ist das alles quasi das Auge deines Vaters und das Feedback dann für dich? Natürlich Feedback von ihm, was er, er arbeitet natürlich mit Videomaterial. Also jeder Sprung wird gefilmt, sogar wenn ich auf zwei Schritten meine ersten Aufwärmübungen mache. Ich schaue mir die Videos, also den Sprung im Training selbst nicht an. Er schickt mir das dann alles nach dem Training oder auch die besten Sprünge oder einfach Elemente, wo man sieht, da habe ich das gut gemacht oder woran wir halt arbeiten müssen. Aber während des Wettkampfs schaue ich kein Video. Aber er braucht das halt immer, er schaut meinen Sprung auch durch die Kamera so. Tatsächlich? Ja. Okay. Und ich weiß, dass es in Leverkusen auch eine Kameravorrichtung gibt, in der im Prinzip dreidimensionale Bilder mit, ich glaube, bestimmten auch Eckpunkten vom Körper zu sehen sind, um so Sprünge auszuwerten. Nutzt ihr das auch ab und zu, oder? Ja, das ist ja ein ganz aufwendiges System, was in Leverkusen steht und dort wird ja auch nicht jeden Tag oder jede Einheit da mitgesprungen. Das ist ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das machen bei uns, wenn wir Lehrgang in Leverkusen haben, wird das auch angeboten. Dass wir dort ein Techniktraining mit diesem System machen dürfen, haben wir natürlich jetzt nicht vor Ort. Und genau, deswegen nutzen wir halt einfach nur die normale Kamera. So weit sind wir mit der Technik dann leider noch nicht, wie es in Leverkusen halt eben die Möglichkeit gibt. Aber da, ich habe das in einem Interview mit Raphael Holstepp erfahren, da war es auch so, dass es bei, wenn dann bei Lehrgängen wohl dann genutzt wird. Ja, ja, das ist ja irgendwie so ein ganz teures, ausgeklügeltes System. Mit Sportwissenschaft hängt es natürlich auch zusammen und dazu haben wir die Möglichkeit hier nicht. Wo, würdest du sagen, liegen deine Stärken im Stabhochsprung? Ja, jetzt, wo ich 31 Jahre alt bin, muss ich ja sagen, in der Erfahrung schon, da ich ja schon über 20 Jahre im Wettkampfgeschehen bin. Trotzdem lerne ich immer noch sehr, sehr viel. Also aus jedem Wettkampf, aus jedem Training lernt man immer wieder neue Sachen, nimmt immer wieder Neues mit, trifft auf Unerwartetes, ja, dass man wieder dann dazulernt. Ja, aber trotzdem, die Stärken liegen natürlich darin, dass wir immer in der Technik arbeiten, dass sich die von klein auf halt immer, immer wieder durchspult. Ich habe in meinem Leben 250 Wettkämpfe gemacht. Wahnsinn. Und klar ist da natürlich eine Erfahrung dabei, aber das bewahrt einen ja trotzdem nicht vor Fehlern bei einem Wettkampf oder dass die Latte mal liegen bleibt. Also klar, die Stärken sind einfach darin, dass wir sehr fokussiert arbeiten und natürlich aufs Detail auch schauen. Mit was für Stäben springst du? Ich springe mit Carbon-Pacer-Stäben schon immer, also schon mein Leben lang. Ich hatte auch noch nie ein anderes Modell, zum Beispiel Spirit hatte ich nie benutzt. Aber einfach, weil die schneller sind als die Glasfaser-Stäbe oder? Ja, das war eine Entscheidung von meinem Vater auch, dass ich wirklich, wie gesagt, 2003 bei meinem ersten bewussten Wettkampf bin ich auch schon Carbon-Stäbe gesprungen. Und zum Beispiel meine Schwester, ihr Leben lang nur Spirit-Stäbe. Ja. Und ich weiß nicht, warum da die Entscheidung getroffen wurde, bei mir so, bei ihr so. Also den Prozess kenne ich nicht, aber zu mir passt es. Und ich stelle mir das auch immer sehr, sehr aufwendig vor, dann mit den Stäben zu reisen, gerade auch wenn es ins Ausland geht, bei Flugreisen. Wie viele nimmst du da in der Regel mit? Also es reicht ja auch nicht einer dann für einen Wettkampf, sondern? Nein, natürlich nicht. Also ein Wettkampf-Sortiment, da passen neun bis zehn Stäbe in die Hülle rein. Man hat ja eine dann dabei, da passen neun bis zehn Stäbe rein. Und damit kommt man absolut klar. Es gibt auch meistens noch einen Stab, den man in der Hülle, den man noch nie gesprungen hat, der liegt da und wartet auf einen, um halt ganz hoch zu springen. Das passiert natürlich sehr selten, beziehungsweise man ist darauf vorbereitet, aber ob man halt so weit kommt, das geschieht halt selten. Und in Europa versuchen wir, soweit es geht, alles mit dem Auto zu erreichen. Wir hatten auch wirklich schon oft die Situation, dass ich dann fliegen durfte, sei es jetzt irgendwo nach Polen oder Monaco bin ich geflogen. Mein Vater ist mit dem Auto hinterher gefahren. Ja, also schon allein deswegen ist es wirklich sehr schwierig, mit Stäben zu fliegen. Die Fluggesellschaften, also nicht mal alle nehmen die Fluggesellschaften mit. Und wenn sie sogar mitgenommen werden oder man die Bestätigung bekommt, dass man damit reisen darf, heißt es immer noch nicht, dass sie ankommen. Also wie oft saßen wir schon im Flugzeug, wo dann die Stewardess kamen und sagten, ja, sie waren es mit den Stäben. Ja, ja, also die kommen erst morgen nach. Und dann landest du halt irgendwo, hast dann übermorgen, morgen einen Wettkampf und zitterst und wartest, bis halt deine Stäbe kommen. Und das ist natürlich auch oft vorgekommen, deswegen ziehen wir dann doch gerne das Auto vor. Und alles, was weiter ist, was nicht mit dem Auto zu erreichen ist, dann ist es schon eine große Planung und man muss da wirklich viel Kraft reinstecken, dass es auch alles klappt. Ja, weil es bringt ja nichts, von Wettkampf zu reisen und nicht zu wissen, ob die Stäbe ankommen. Ja, da brauchen wir ja gar nicht fahren. Aber man kann die so ganz normal am Schalter auch einchecken oder ist da im Vorfeld noch anderes zu beachten? Ich stelle mir das unglaublich aufwendig vor. Das ist Sperrgepäck bei uns. Okay. Sie werden gelagert mit irgendwelchen Kanus und Segelbooten und Skiern und Fahrrädern. Und also natürlich, die Blicke sind immer da. Was haben sie denn da? Sind das Teppiche, sind die Schlangen? Also da habe ich auch schon alles Mögliche gehört. Und da läuft man wirklich wie so ein bunter Hund durch den Flughafen auf der Schulter mit seinen fünf Meter langen Stäben. Aber wir sind es ja gewohnt. Ja, wir machen es unser Leben lang so und wissen dann auch schon mal, was wir zu sagen haben. Das heißt, die passen da nicht. Keine sagen ja, doch, doch, die Stäbe, die passen in ihr Flugzeug, glauben sie mir. Und da muss man manchmal halt ein bisschen danach helfen. Aber ja, mit Willenskraft und mit vielen Gesprächen sind sie auch meistens dann angekommen. Wo kauft man solche Stäbe? Als Kurzsprinter habe ich ein paar Spikes gebraucht, nicht viel mehr. Die kriegt man noch relativ unproblematisch. Aber so einen Carbon-Stab, wo kaufst du den? Ja, das sind ja auch Firmen. Ich glaube, es gibt drei oder vier Stabhochsprung-Firmen auf der Welt, die dann ihre Firma, ihre Stäbe eben vertreten. Und da gibt es dann natürlich auch den Stabhochsprung-Vertreter, mit dem man sich dann unterhält und sagt, was man braucht und was man sich vorstellt an Stäben. Und dann wird die Bestellung aufgegeben, die werden dann individuell auch hergestellt und irgendwann kommen sie dann an und glänzen noch schön und genau, so im Prozess ist es dann. Du hast doch eben gesagt, dass die zum Teil individuell für dich angefertigt werden. Auf was kommt es denn für dich bei einem guten Stab drauf an? Ja, es gibt verschiedene Modelle auch innerhalb einer Firma, einer Stabfirma. Und mir fällt es schwer zu beantworten, weil ich bin in diesem Prozess nicht beteiligt. Ich kriege die in die Hand gedrückt. Aber ich habe einmal mein Sortiment an Stäben schon. Also wir hatten 2015 mein komplettes Sortiment einmal austauschen müssen an Wettkampfstäben, weil mir ein Stab gebrochen ist. Und daraufhin haben wir dann das Modell geändert. Und eigentlich springt man unendlich dann mit seinen Stäben. Außer natürlich, man hat keine härteren mehr parat, dass man dann neue härtere bestellen muss. Aber die werden nicht gewechselt. Also ich bin mit meinem Sortiment jetzt sehr zufrieden. Und wenn das alles so weit klappt, dann ändert man das auch nicht. Wie viele hast du hier in Ludwigshafen? Ja, also ich denke, wir haben wirklich 50 bis 100 Stäbe hier. Wahnsinn. Ja, also wirklich in allen Längen, in allen Härtegraden für verschiedene Anläufe. Und die werden dann auch innerhalb des Jahres diskutiertes da. Wenn ich aus zwei Schritten springe, ist mein Stab 4,15 Meter lang. Springe ich aus meinem vollen Anlauf, 60 Schritte sind die Stäbe 4,55 Meter lang. Und so halt für jeden Anlauf und für alle möglichen Höhen. Und ja, also mein Vater ist da wirklich so ein Brain, dass er ganz genau weiß, welcher Stab wie, wo, was und wie man die umwandelt. Auch auf andere Firmen kann er die alle umrechnen. Und bei mir ist es halt so, dass ich mich frage, welchen Stab muss ich jetzt nochmal nehmen und welcher für welchen Anlauf? Und habe ich jetzt den richtigen in der Hand? Also da arbeitet mein Kopf leider überhaupt nicht mit. Und da ist halt auch das Vertrauen da, dass er mir den Stab in die Hand drückt. Und damit springe ich da. Der hatte alles im Blick. Ja, 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 ja. Lisa, du hattest dir 2018 ja einen Teilabriss der Achillessehne zugezogen. Wie kam es denn damals dazu und wie sah im Nachhinein die Reha aus? Also ich hatte jahrelang Probleme schon am Fuß. Das hat sich über vier Jahre, fünf Jahre hingezogen. Es war nämlich so, dass ich da eine Sehne hatte, die eigentlich beim Menschen da gar nicht hingehört. An beiden Füßen, die parallel zur Achillessehne verläuft. Und es ist einfach ein Rudiment. Irgendwas, ich glaube nur noch 20 Prozent der Menschen haben die. Und ich hatte an beiden Füßen eine und die sind mir beide noch gerissen. Am linken Fuß war das gerissen. Das war auch während des Wettkampfs. Also ich bin angelaufen und dann habe ich einen schmerzverspürten, stechenden MRT gemacht. Und da hing dann wirklich diese Sehne da. Und innerhalb von einer Neun-Minuten-OP wurde die dann, wurde ein Cut gemacht, aufgemacht, rausgezogen, wieder zugenäht. Und es war fünf Monate vor Olympia 2016. Und drei Wochen später war auch alles wieder in Ordnung. Das war wirklich nur ein ganz kleiner Eingriff. Aber auf der anderen Seite, am rechten Fuß, hat die Sehne, die wollte nicht reißen, diese kleine Plantaris-Sehne. Und die war halt immer entzündet. Und das hat mir halt einfach mein Gangbild kaputt gemacht. Bis er dann eines Tages, kann man jetzt sagen, zum Glück doch gerissen war. Genau, dann konnte ich halt wieder mein Gangbild ein bisschen aufarbeiten. Wobei ich aber betonen möchte, dass ich währenddessen immer gesprungen bin. Also ich hatte ja trotzdem keinen Ausfall all die Jahre. Ich hatte halt immer Probleme und Schmerzen, aber habe das immer alles durchgezogen. Bis es dann aber halt so weit war, dass dann irgendwie die Schritte dann so schief waren. Und dann noch die Stab-Hochsprung-Belastung, dieses Einseitige, dass die Sehne dann halt doch ein bisschen die Achillessehne gestreikt hatte. Wo man halt im MRT dann gesehen hat, dass die dann auch belastet ist. Und dass da ein kleines Loch dann war. Und da muss man halt einfach sagen, okay, hier ein Cut. Wirklich ganz zurückfahren. Dann heilen lassen und dann wirklich bei Null wieder beginnen. Was halt wirklich monatelang gedauert hat. Ich habe, glaube, vier, fünf Monate überhaupt keinen Stab auch in den Händen halten können. Und dann so einen blöden Schuh tragen müssen, sechs Wochen. Ja, dann nimmst du den ab und dann erkennst du dein Bein nicht mehr. Und dann geht halt alles wieder von vorne los. Und so konnten wir das dann aber immerhin alles schön frisch aufbauen. Und ja, man sagt natürlich nicht Glück im Unglück zu sowas. Aber es war halt ein Moment, wo man dann wenigstens das Thema mal abschließen konnte. Weil man sich dann die Zeit genommen hat und es aushalten lassen musste. Und du bist ja auch im darauffolgenden Jahr auch schon wieder deutsche Meisterin geworden. Ja, ja, genau. Also als ich dann halt wieder laufen konnte, rennen konnte, die Spikes anziehen konnte, an die Anlage wieder bin, um Stabbruchsprung zu machen. Klar, wir haben unser System wieder dann hochgefahren, haben unsere Anläufe gemacht. Und dann hatte ich schon beim großen Wettkampf in Karlsruhe beim Indoor-Meeting, meinen ersten Wettkampf, nach einem Jahr, nach elf Monaten Wettkampfpause gemacht. Und bin sogar Bestleistung für den ersten Wettkampf gesprungen, 4,63. Wahnsinn. Ja, aber das war halt natürlich auch, ich habe gedacht, da hängt jetzt mein Leben dran. Also ich musste jetzt halt voll beweisen, um wieder zurückzukommen. Und dass wir die Zeit genutzt haben. Und ja, es war halt ein krasser Adrenalin-Wettkampf. Und da ging es für mich einfach gedanklich auch so um alles in dem Moment. Und wie sehen grundsätzlich bei dir die letzten Stunden vor einem wichtigen Wettkampf aus? Ja, also ich bin da ganz ruhig auf meinem Zimmer. Also damit meine ich, wir sind ja viel unterwegs. Also ich springe ja selten, dass ich zu Hause aufwache und dann zum Wettkampf fahre. Das passiert dann vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Sogar deutsche Meisterschaften verbringt man dann im Hotel. Oder ich bin ja auch in New York, in Paris und London und so weiter gesprungen. Und da bin ich halt nicht der Typ dafür, dass ich sogar einen Tag vor dem Wettkampf würde ich da jetzt nicht in die Stadt gehen, mir was anschauen. Und ich bündel halt meine Kräfte. Und wenn ich dann halt irgendwo hinreise, dann verbringe ich meine Zeit wirklich ganz mit mir auf meinem Zimmer. Und bereite mich und konzentriere mich auf dem Wettkampf vor. Und da muss halt auch mal dann in einer schönen, großen Stadt werden dann die Vorhänge halt zugemacht. Und hast du dann auch bestimmte Routinen? Also hörst du vielleicht immer die gleiche Playlist, immer das gleiche Frühstück oder der Ablauf beim Warmmachen? Ist der immer identisch? Hast du da so, ja, bestimmte Sachen? Ja, also nicht, dass es eine Routine ist, weil ich jetzt darauf schwöre, weil ich das brauche. Und wenn ich jetzt da irgendwie einen Schritt falsch setze, dass es ein Aberglaube ist, dass der Wettkampf dann nicht gelingt. So eine Routine habe ich nicht. Aber es ist ja ganz klar, man weiß halt, was einem gut tut, was einem gut tut, vor dem Wettkampf zu essen, wo man die meiste Energie hat. Wann man auch mal sein Mittagsschläfchen macht und was man wirklich an dem Tag tut, weil man abends halt die oder abends an einem Wettkampftag oder eben nachmittags die meiste Kraft braucht. Und wie man diese Kraft dann halt bündelt. Und ja, das sind halt einfach die Momente, die ich dann für mich rausgefunden habe über all die Jahre, was ich brauche, um eine gute Performance hinlegen zu können. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du mittlerweile rund 20 Jahre Wettkampferfahrung hast. Wie wichtig, würdest du sagen, ist denn Taktik innerhalb von Wettkämpfen? Also im Stabbruchsprung ist die Taktik sehr, sehr wichtig. Das heißt ja dann auch gerne mal so im Fernsehen, wenn der Reporter sagt, oh, da hat jetzt aber der Stabbruchspringer oder sie oder er eben gepokert und wohnt. Für uns ist es kein Pokern. Für uns ist es einfach nur ganz klar, was man machen muss, um vielleicht doch noch zu gewinnen. Oder wenn man mal eine Höhe auslässt, dann macht man das nicht, um irgendwie zu pokern, sondern einfach nur, weil man muss das machen, um die beste Leistung zu zeigen. Und im Vorfeld eines Wettkampfs legt man sich schon seine Wettkampftaktikpläne ein bisschen zurecht und im Wettkampf kommt dann doch immer alles anders und da muss man natürlich reagieren. Und das wird dann mit dem Trainer abgesprochen, lässt man jetzt die Höhe aus oder fängt man jetzt doch tiefer an oder fängt man höher an, was natürlich auch mit den äußeren Bedingungen dann zusammenhängt und wie der Wettkampfverlauf ist, was die Konkurrenz macht. Man muss halt immer reagieren. Und wie gesagt, man kann sich Plan A, B, C, D zurechtlegen und zum Einsatz kommt dann Plan E. Und wir hatten aber Pläne bis Z, also wir sind zu allem bereit. Und hast du noch einen Wettkampf im Kopf, wo die Taktik wirklich gut aufgegangen ist? Ja, ich hatte, na gut, jetzt müsste ich eigentlich im Nachhinein sagen, ich weiß Wettkämpfe, wo wir anders hätten taktieren müssen. Ja, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Und jeden Wettkampf, den man gewinnt oder in der deutschen Meisterschaft, wenn die gewonnen wurde, dann ist die Taktik ja immer aufgegangen. So kann man das ja sehen, auch wenn man einfach nur jede Höhe mitgenommen hat und alle fünf Zentimeter dann gesprungen ist. Wir hatten natürlich auch Momente, wo man jetzt rückwirkend sagen kann, da hätte man eine Höhe auslassen müssen, damit dann vielleicht auch die Konkurrenz ein bisschen in Bedrängnis kommt, damit die öfter hintereinander springen müssen. Oder weil jetzt jemand dann wirklich besonders hochgesprungen ist, hätte man die Höhen vielleicht nicht mitnehmen brauchen. Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Also es ist schwierig, da jetzt einen Wettkampf genau rauszubringen. Ja, das ist schwierig, rauszusuchen einen Wettkampf. Und letztendlich springt man so, damit man selbst am höchsten springt, dass man seine eigene Taktik hat, um auf seine Höhe zu kommen. Und nebenher muss man natürlich auch taktieren, wie dann die Konkurrenz sich verhält. Also da kommt dann alles zusammen und man muss halt wirklich immer reagieren. Und das geht meistens dann mit Blickkontakt und mal kurz auslassen oder was machen wir jetzt. Also dann aus der Entfernung über ein oder zwei Augenzwinkern wird dann mitgeteilt auslassen oder den Sprung noch mitnehmen. Absolut. Natürlich hält man da Rücksprache, aber in vielen Situationen ist es ohne Worte auch klar, was man zu tun hat. Und da muss man jetzt nicht zum Trainer rennen und sagen, was mache ich jetzt und soll ich jetzt so oder so machen, sondern mit einem Blick ist ganz klar, was getan werden muss. Aber ich stelle mir das halt auch teilweise sehr nervenzerrend vor. Inwieweit spielt die mentale Stärke beim Stabhochsprung auch eine Rolle? Gut, mentale Stärke ist im Stabhochsprung ja in vielen Momenten wichtig. Zum einen die Taktik, klar, aber auch, bei uns gehört ja Mut zum Sport auch noch dazu. Und unser Wettkampf zieht sich auch mal sehr, sehr lange hin. Wir haben auch mal viel Zeit zwischen den Sprüngen. Und da halt trotzdem immer wieder, wenn der Name aufgerufen wird und man hat seine Minute Zeit, da einfach wieder zu 100 Prozent sich in den Sprung reinzulegen. Das erfordert halt wirklich viel Training und viel Können und ja, halt auch immer wieder im Wettkampf präsent zu sein. Also wie gesagt, wir machen nicht einen Sprung oder einen Lauf und gehen dann wieder, sondern das ist ein langer, mentaler, psychologischer und physischer Prozess auch im Stabhochsprung Wettkampf. Du bist derzeit ja auch Doktorantin im Arbeitsbereich der Sportpsychologie. Inwieweit hilft dir denn dein Studium für den Sport? Also diese Frage habe ich die letzten Jahre also wirklich am meisten gestellt bekommen. Tatsächlich? Und ich weiß nie, was ich darauf antworten soll. Ja, weil die Sache ist, ich habe ein Psychologiestudium mit Diploma abgeschlossen und mein Studium hatte 80 Prozent mit Statistik zu tun. Überhaupt nichts mit Sportpsychologie. Natürlich ist man dann im Laufe der Jahre auch über Arbeiten gestolpert, was dann mit Leistungsfähigkeit zu tun hat und Performance. Aber es war nie Inhalt meines Studiums. Und wie gesagt, also wer Psychologiestudium anstrebt, hallo Statistik, ja. Das ist, worum es am meisten geht. Und Sportpsychologie habe ich dann aber für meine Dissertation dann trotzdem gewählt, weil ich da doch irgendwas mit Sportpsychologie was zu tun haben wollte natürlich. Weil ich mich damit ja auch irgendwie auskenne, weil ich ja selbst in dem Sport lebe. Und da habe ich halt gedacht, dann fällt mir das dann vielleicht doch irgendwie einfacher. Ich kann mich dann mehr in das Thema hineinversetzen und kann vielleicht mir selbst auch mehr Dinge beantworten. Und was ich aber sagen möchte, ist, dass mir eher mein, mein Sport hat mir sehr viel für mein Studium geholfen. So herum und nicht anders herum. Okay. Ja, denn ich habe im Sport Disziplin gelernt, zielstrebig zu sein, bis zum Ziel weiterzuarbeiten. Und wenn ich in eine Uniprüfung gegangen bin, wie in einen Wettkampf, ja. Also ich habe dann genauso durchgeatmet und habe dann wirklich meinen Performance-Modus eingeschaltet für eine mündliche Prüfung. Und das habe ich halt immer aus dem Sport ins Studium mit reingenommen. Und das ist halt, warum ich denke, ich auch mein Studium dann durchziehen konnte, weil eben die Disziplin da war. Ich hatte die Zielsetzung, ich hatte die Motivation, wenn ich etwas angefangen habe, das zu Ende zu machen. Und eben halt zum Sport war es mir immer wichtig, dass der Kopf arbeitet. Also ich konnte mich nicht nur auf meine physische Leistungsfähigkeit verlassen und konzentrieren. Ich wollte halt immer, dass der Kopf auch arbeitet, weil das für einen Stabbruchsprung auch sehr wichtig ist, weil wir ja von Taktik, mentaler Stärke, Konzentration gesprochen haben. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen, habe ein Jahr lang nichts gemacht in der Richtung und habe halt gemerkt, ich brauche aber trotzdem, dass mein Kopf weiterhin ein bisschen Nahrung bekommt und arbeiten muss. Und deswegen habe ich dann halt noch eine Doktorarbeit begonnen. Bin jetzt schon im dritten Jahr, komme auch allmählich zum Ende hin. Und das hilft mir halt für meinen Sport, weil ich weiß, wenn ich mich durch irgendein Thema in meiner Arbeit durchgekämpft habe, dann ist am nächsten Tag im Training mein Kopf halt auch an. Und das kann ich halt für mich ganz bewusst eben feststellen und habe ich auch immer für den Sport dann mitgenommen. Und ich denke auch, durch das Studium konnte ich auch immer ein paar Zentimeter im Sport dann draufpacken. Also es ist wirklich ein Ausgleich auch für dich? Ja, noch nicht mal ein Ausgleich, sondern halt immer, dass man seine Spannung behält. Also körperlich sowie psychisch. Und das eine hat dem anderen immer geholfen. Was machst du eigentlich, wenn du mal keine Sportschuhe anhast? Ja, also bei uns in der Leichtathletik ist es ja so, dass wir nicht wie Schwimmer oder Turner acht Stunden am Tag trainieren und quasi bei Sonnenaufgang die Halle betreten, bei Sonnenuntergang wieder rausgehen und noch irgendwie morgens in den Morgengrauen die Schule machen. Sondern wir haben unsere drei, vier, auch mal fünf Stunden am Tag Training, wo natürlich auch dann Regeneration, Physiotherapie und Rumpfahrerei auch dazu gehört. Aber trotzdem hat man ein paar Stunden Freizeit. Also ich persönlich habe ein paar Stunden Freizeit in meinem Sport und habe mich dann auf mein Studium auch konzentriert. Und die restliche Freizeit verbringt man natürlich auch dann gerne mit Freunden und geht dann gerne in die Stadt und halt einfach wirklich solche Entspannungssachen, die man ja einfach gerne macht, die einem Freude bereiten. Also ich male nicht, ich spiele kein Instrument. Also solche Hobbys kann ich leider nicht vorweisen. Und hättest du einen Plan B gehabt für den Fall, dass es mit dem Stabhochsprung nicht geklappt hätte? Nein, also so kann ich das auch überhaupt nicht beantworten, weil es ist ja ein Prozess. Man wächst ja in den Sport rein und dann hat man Erfolg und dann bleibt man dabei. Und deswegen, es ist ja nicht, dass man alles auf eine Karte setzt und wenn das nicht gelingt, dann machen wir was anderes. Nein, es lief ja immer, dass man dieses Leben lebt. Und meinen Plan B hatte ich nicht, dass es einen Sport nicht gibt. Natürlich gibt es Phasen, wo man nicht so viel Erfolg hat oder wo man dann auch hadert und so weiter. Aber trotzdem geht es ja weiter. Also es gibt keinen Plan B. Also ich lebe diesen Sport Jahr für Jahr und noch ist es mein Leben auch für noch ein paar Jahre und da gibt es keinen Plan B. Und was sind deine sportlichen Ziele für die kommenden Jahre? Ja, also nach der Verletzung lief es noch nicht ganz so rund. Ich habe zwar den Deutschen Meistertitel auch gewonnen, bin auch über 4,60 Meter höher gesprungen. Aber trotzdem ist ja ganz klar für mich persönlich, dass ich auch mal wieder da hinkommen will von den Höhen her, von der Konkurrenzfähigkeit weltweit auch, wo ich 2017 war. Und daran arbeiten wir. Und ganz klar, da steht noch ein Olympia-Jahr bevor, was jetzt dieses Jahr halt eben nicht gelungen ist. Aber nächstes Jahr natürlich bereiten wir uns auf die Olympischen Spiele vor. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast. Ja, über die Frage habe ich mir Gedanken gemacht, weil für mich geht es quasi einher, der größte Wettkampf mit dem besten Wettkampf. Aber ich verstehe auch, dass der größte Wettkampf natürlich ein Olympia-Finale sein muss oder sein sollte. Konnte ich jetzt schon zweimal erleben. Ja, aber trotzdem war für mich mein größter und schönster Wettkampf da, wo ich Bestleistung gesprungen bin. Und also meine höchste Höhe 4,75 Meter, das war 2017 im Winter bei Hallen-Europameisterschaften in Belgrad. Und das war aber auch für mich der schönste Wettkampf, weil ich mich gern daran zurückerinnere, wie einfach das Springen war. Ja, ich bin hochgesprungen, das hat sich sehr leicht angefühlt und der Anlauf hat gut gepasst und die Stäbe lagen gut in der Hand und die Lattenüberquerung habe ich auch alles gesehen. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Wettkampf, woran ich mich zurückerinnere und wo ich halt versuche, dieses Gefühl da wieder ranzukommen. Und ein Olympia-Finale, was natürlich der größte Wettkampf ganz klar ist. Aber zum Beispiel in London bin ich 4,45 Meter gesprungen und habe den sechsten Platz erreicht. Und ich erinnere mich halt einfach, dass wir da furchtbares Wetter hatten. Wir hatten so starken Gegengewind und irgendwie war da alles komisch und irgendwie alles so düster. Und deswegen kann ich das nicht als schönsten Wettkampf betiteln. Aber der größte war es natürlich ganz sicher, ja, weil ich meine 80.000 Leute haben da im Stadion geschrien und das war eine unglaubliche Atmosphäre. Aber der Wettkampf, woran ich halt zurückblicke, ist wirklich, wo ich 4,75 Meter gesprungen bin. Also dieses Gefühl versuchst du auch immer wieder zu erreichen bei deinen kommenden Wettkämpfen. Genau, das ist halt, wonach ich strebe. Und wenn wir auch dann im Training über Sprünge sprechen, dann sage ich auch, ja, aber in Belgrad, das hat sich noch so angefühlt und hier noch nicht. Und das ist eben das, was bei mir so in den Knochen sitzt und was mir gut gefallen hatte. Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war so der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest? Zum Beispiel, wenn ich jetzt von dem Wettkampf in Belgrad gesprochen habe, wo ich 4,75 Meter gesprungen bin und Vize-Europameisterin wurde. Ich war sehr enttäuscht nach dem Wettkampf, weil ich hätte gerne gewonnen. Es lief alles so gut und meine Konkurrentin, Ekaterina Stefanidi, die war dann noch stärker. Und obwohl ich halt den ganzen Wettkampf übergeführt hatte und ich war hoch enttäuscht, dass sie natürlich dann besser war und ich dann diese 15 Meter nicht noch draufpacken konnte. Was natürlich ja mal dann auf hohem Niveau ist. Aber es gab auch Wettkämpfe, ganz klar, wo ich mich schlecht gefühlt habe, wo natürlich auch ein Nuller dabei war, wo ich mich schlecht gefühlt hatte und 4,60 gesprungen bin. Also so ganz so pauschalisierend von 250 Wettkämpfen zu sagen, das war der Beste, das war der Schlechteste, fällt mir schwer, weil jeder Wettkampf hat irgendwas an sich gehabt, wo man lernen konnte, wo man was gut gemacht hat und wo ein bisschen auch was gefehlt hat. Du hast die Zahlen relativ oder ziemlich genau im Kopf. Weißt du, wie viele Sprünge du schon in deinem Leben gemacht hast? Nein, das weiß ich nicht. Aber heute hat mein Vater zu mir gesagt, dass ich 250 Wettkämpfe schon in meinem Erfahrungsschatz habe. Natürlich weiß er bestimmt, wie viele Wettkampfsprünge ich gemacht habe. Ich weiß das nicht. Und wenn er es mir sagen würde, würde ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber er hat diese ganzen Zahlen im Kopf. Vielleicht im Nachgang der Folge kannst du deinen Vater ja nochmal fragen und dann packe ich die Antwort in die Shownotes der Folge. Ja, aber es gibt auch eine Statistik im Internet, wo dann auch aufgelistet ist, wie oft man über 4,50 Meter gesprungen ist, wie oft über 4,70 Meter und wie viele Wettkämpfe man gemacht hat. Also die Statistik gibt es auch, ja. Okay, dann packe ich das alles da rein. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, die du besonders gerne machst? Ich mache wirklich alles gerne. Also ich trainiere einfach gerne. Ob jetzt bei Wind und Wetter, bei Regen laufe ich super gerne draußen. Wenn es unglaublich heiß in der Halle ist, springe ich sehr gerne. Also ich mache immer alles sehr gerne, solange das gut klappt. Das ist ja ganz klar. Mir bereitet es einfach Freude, jeden Tag ins Training zu fahren. Und ich mache sehr gerne Krafttraining. Ich bin froh, wenn ich mal die Spikes tragen kann und wir wirklich auf Zeit Sprint machen. Chapeau-Sprungtraining beinhaltet immer so eine besondere Aufregung und macht auch unheimlich Spaß im Sinne von, weil man halt wirklich vor großen Aufgaben eigentlich jedes Training steht. Und wenn man das geschafft hat, dann ist auch eine Erleichterung da. Und dann freue ich mich auch auf den nächsten Tag im Training, dass man da sich nicht so ganz auf die Technik konzentrieren muss, sondern einfach mal jetzt nur schauen muss, wie schwer schaffe ich es, die Hand hochzukriegen. Also mir macht das wirklich alles unglaublich immer Spaß. Dann erübrigt sich ja fast die nächste Frage. Die wäre nämlich, auf welche Trainingsinhalte könntest du verzichten? Genau, das kann ich nicht beantworten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Sportler sagen, Tempoläufe, die tun so weh und mir ist so schlecht danach. Mir war es immer Fußstabi im Sand. Das war so was, das fand ich unglaublich langweilig. Ah, man steht mehr oder weniger im Sand. Das ist super. Ich mache gerne Übungen im Liegen, das finde ich auch klasse. Okay, aber dann, gut, umso besser, wenn es da tatsächlich… Aber das Gefühl danach, das ist doch unglaublich, oder? Sei es jetzt auch mal ein Tempolauf, wo, also ich bin schon lange nicht mehr lange Strecken gelaufen, also ich laufe eigentlich nicht mehr als 150 Meter. Aber trotzdem, man verausgabt sich da ja auch zu 100 Prozent. Ja, und da ist auch dieses Gefühl danach, dass man hat jetzt was geschafft. Das ist doch klasse, ja, ich finde es ganz toll und die Aufregung, bevor man den ersten Schritt gesetzt hat, natürlich ist das alles da und man hat Respekt und Angst und oh Gott, oh Gott, aber danach, also mir bereitet es immer unglaublich Freude. Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen beziehungsweise Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich kann halt von mir sprechen, dass man mit sich hadert, ja, dass man sich in irgendwelchen Situationen auch unsicher ist. Macht man das richtig und die anderen können das besser und warum machen die jetzt die Übung? Ich habe das noch nie probiert. Ich muss das auch mal machen. Warum? Vor allem heutzutage, ja, wenn jeder alles postet. Man sieht, wer welches Gewicht gestemmt hat, wer momentan wie wo was springt und wie schneller ist. Und man denkt so, oh Gott, aber ich liege doch gerade im Bett und schaue mir das gerade aus dem Warmen aus an und ich muss jetzt auch losrennen und ja, also sich nicht mit anderen zu vergleichen, nicht daran, sich selbst nicht zu kritisieren, dass jemand besser ist oder warum klappt das bei mir nicht? Das ist ein Prozess, ja, das ist ein Weg, den man beschreiten muss und dann gibt es halt gute Phasen, schlechte Phasen, was aber halt dazu führt, dass man der Athlet wird und letztendlich jeder gibt ja sein Bestes, ja. Wenn etwas nicht gut gelungen ist, dann hat es ja auch irgendwie einen Grund gehabt und man lernt dann daraus und es ist einfach als einen langen, großen Weg anzusehen, zu seinem Ziel hin, sei es eine Teilnahme bei Lümpfenspielen oder eine Teilnahme bei deutschen Meisterschaften, ja, hat ja jeder seine eigene Zielsetzung. Und einfach diesen Weg zu gehen, ohne zu zweifeln, macht man das vielleicht richtig oder falsch, denn wenn man etwas bewusst macht, dann ist es natürlich immer besser, als wenn man etwas Gutes macht und daran zweifelt, ja, weil das Resultat wird halt immer dann größer sein, wenn man etwas zu 100 Prozent macht. Lisa, vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.